Die Wohnungsunternehmen stehen vor wahnsinnigen Herausforderungen. Ist Krise das neue Normal? Das ist die Frage, der wir uns stellen. Kopf in den Sand passt nicht. Wir müssen weitermachen, wir müssen gemeinsame Lösungen entwickeln und das gelingt bei so einem intensiven Format, wie es die Werkstatt ist. Diese Mischung, dass einerseits Dienstleister, Anbieter von Lösungen für die Wohnungsunternehmen mit Wohnungsunternehmen gemeinsam diskutieren, das ist wahrscheinlich einzigartig. Wo muss eigentlich die Reise hingehen? Was muss jeder Einzelne und was kann jeder Einzelne dafür tun? Diese Abwehr, die es manchmal gibt gegen Veränderung, die kann ich durchaus verstehen, weil es sehr bequem ist, in der eigenen Komfortzone zu sein. Aber ich finde, die Geschenke, die außerhalb der Komfortzone liegen, können manchmal auch ganz wundervoll sein. Wo wir hinkommen müssen, wenn das sozusagen auch noch unter Change-Prozess läuft, ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, wo sozusagen niemals aufgehört wird, immer darüber nachzudenken, wie kann ich etwas noch besser machen, als es heute ist. Nach dem Motto, das Bessere ist der Feind des Guten.